Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Das ist der zweite Take. Ich habe gerade eben das Video schon mal aufgenommen. Gerade mal, wer vergessen hat, auf Aufnehmen zu drücken. Naja, das war ich. Und das heißt, wir gehen jetzt einfach nochmal alles durch. Zunächst mal hier bei Mante. Das ist jetzt bald live. Ihr solltet hier unbedingt nochmal drauf gehen. Dann kommt ihr auf diese Website. Hier habe ich gerade eben schon geclaimt. Müsst ihr einfach nur hingehen, eure Adresse einfügen. Das heißt, oh mein Gott, jetzt habe ich gerade schon das Falsche hier drin. Und zwar ist das die Adresse. Gehen wir auf Claim. Und dann seht ihr, okay, ich werde hier ein paar Mante bekommen. Wie findet ihr eure Adresse raus? Das ist relativ simpel. Ihr geht einfach auf Dimension.xyz, also Portal.Dimension. Und dann könnt ihr hier oben hingehen. Habt ihr hier oben diese Adressen angezeigt. Geht ihr hier drauf. Und dann habt ihr beide Adressen gelegt. Also einmal die 0x-Adresse, die Ethereum-Adresse. Und einmal die Dimension. Kosmos-Native-Adresse. Geht ihr einfach hin. Kopiert die hier. Wenn ihr mehr Accounts habt, geht ihr einfach wieder oben drauf. Geht die nächste Adresse ein. Geht auf Claim. Und dann wird euch auch hier angezeigt, wie viel ihr bekommen werdet. Im Schnelldurchlauf, macht es bitte. Vergesst das nicht. Ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt. Trotzdem solltet ihr das vielleicht tun. Damit ihr auch da vielleicht bald nochmal einen Döner essen gehen könnt. Keine Ahnung, wie viel das wert sein wird. Dann geht es weiter mit Mode. Mode hat das relativ cool ist für euch. Und zwar könnt ihr hingehen. Erstens natürlich den Airdrop-Claim. Aber auch ein paar Optimism-Tokens claimen, wenn ihr Mode gestaked habt. Dafür geht ihr einfach hier drauf. Dann öffne ich diese Seite. Ihr müsst euch hier verbinden. Das Netzwerk wechseln auf Optimism. Und ihr seht, ich bekomme 0,48 Optimism. Ist nicht viel, aber natürlich super praktisch, weil wir immer mal wieder auf Optimism unterwegs sind. Für verschiedene Airdrops. Und dann Gas-Fees zu haben für Lau. Ist natürlich eine super, super coole Sache. Deswegen geht gerne nochmal bei Mode hin. Checkt dort ab, ob ihr auch ein paar Optimism-Tokens bekommt. Und dann nehmt das einfach so als kostenloses Gas, was ihr geschenkt bekommt von Mode. Dann geht es auch schon weiter mit Uprock. Einem Protokoll, was jetzt gelauncht ist durch Jupiter. Das heißt, wir kriegen einmal eine Allocation durch Jupiter. Dafür gehen wir auf die Website, scrollen nach unten. Wir sehen, ich bekomme hier leider nichts mit meinem Account. Und dann gibt es noch diese Website. Das ist nochmal selbstständiger, nur von Uprock. Hier müsst ihr euch einen Account kreieren. Und könnt dann checken, ob ihr hier eine Allocation bekommt. Ich habe das Ganze noch nicht gemacht. Ich mache das später mal. Und ich hoffe, dass ich irgendwas bekomme. Aber eigentlich war ich jetzt nicht so aktiv auf Solana. Beziehungsweise Uprock habe ich eigentlich noch nie so auf dem Schirm gehabt. Hoffentlich springen da vielleicht ein paar Tokens drüber. 8 bis 9 Cent ist der aktuelle Kurs. Das heißt, da gerne einfach mal abchecken, mitnehmen. Vielleicht ein Döner essen gehen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Update. Und das ist von Zora. Zora bekommt wahrscheinlich eine gute Finanzspritze nochmal von Optimism. Und diese sollen geteilt werden mit Creators and Builders. Wir sind natürlich alle keine Bilder, glaube ich. Aber Creators können wir uns gegenseitig helfen. Wir gehen einfach hin. Hier habe ich schon meine Kollektion für nächste Woche gemacht. Also ab morgen ist Kalenderwoche 23. Dementsprechend auch dieses NFT. Das könnt ihr dann einfach, wenn ihr das gekreiert habt, hier oben auf Teilen gehen. Copy. Und dann hier im Discord habe ich einen neuen Channel gemacht. Wo ihr das hier dann praktisch einfügen könnt. Schreibt da einfach so einen Text dazu. Hey, ich würde mich über die Unterstützung freuen. Lieber Blub. Sowas in die Richtung. Dann habe ich hier so einen Channel für euch. Deswegen kommt gerne auf den Discord. Wir teilen uns da gegenseitig unsere Zora NFTs. Ich meine, das ist ja eh fast kostenlos, das zu minuten. 2, 3 Dollar dementsprechend. Sollten wir doch da doch ein paar Unterstützungen schaffen durch die Community, hoffe ich. Und wie erstellt ihr so ein NFT? Das ist relativ simpel. Wenn ihr hier auf der Hauptseite seid, geht ihr auf Create. Dann habt ihr die Option, hier eure Datei hochzuladen. Dann auch eure Kollektion auszuwählen. Also bei mir ist dann halt Weekly Mint. Oder ihr erstellt halt eine neue Kollektion. Dann gebt hier den Preis ein. Natürlich, bitte macht einfach null. Und dann könnt ihr auch schon auf Create gehen. Denn es kostet eigentlich nichts. Also 0,10 hoch 0 Stellen via Ethereum oder so. Also knapp nicht mal einen Cent Betrag. Und dann habt ihr die auch erstellt. Dann öffnet sich, wie gesagt, dieser Link, wo ich gerade eben davor war. Also das hier. Und hier könnt ihr einfach auf Share gehen und das in den Discord reinpacken. Und dann minde ich mal ein paar von euch, damit ihr da auch ein bisschen vorankommt. Ansonsten soll es das auch schon gewesen sein mit dem heutigen Update. Schreibt gerne alle eure Fragen in die Kommentare. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.